Willkommen zurück hier bei Let's Play Tomb Raider Legend in der letzten Folge. Alter, ist das hier alles merkwürdig. Ähm, ich weiß nicht, wird das funktionieren? Es könnte echt funktionieren. Ähm, wir probieren's. In der letzten Folge sind wir... Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, ich hab irgendwas vergessen. Ähm, ja, haben wir das Boot von da oben hierher gebracht. Ich wette, es war irgendwie somit die unnötigste Aktion, die jemals jemand in diesem Spiel gebracht hat. Ähm, ich weiß nicht, ich hab irgendwie immer noch in Erinnerung, dass es irgendwas damit auf sich hat. Ich werde mich wahrscheinlich... Ja, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich mich irre. Ähm, aber ja. Ähm, ja, das bringt grad alles nichts mehr. Machen wir das mal alles kaputt hier. Konnte man mit den Kisten nicht auch irgendwas machen? Nö. Hm. Äh, ja, es ist mit die unnötigste Aktion, die hier je jemand gemacht hat in diesem Spiel. Und, äh, ja, wir müssen gleich nach da oben gehen. Nachdem ich noch ein bisschen rumprobiert hab. Ach komm, als ob... Als ob man das hier nicht noch so einen Millimeter hier reinbewegen könnte. Das, äh... Kaufe ich den Entwicklern nicht ab. Auf die Wut... Auf wegen der Wut musst du erstmal diese Laterne zerstören. Krieg ich die denn hier rein? Nö. Jetzt war's das komplett gut. Dann nicht. Ähm... Ja, ich hab die ganze Zeit irgendwie... Erinnerungen. Sagen wir's mal so. Aber weil da hinten... Moment. Na... 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 Ich bezweifle, dass es dort weiter geht. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß ja auch nicht mehr alle Secrets. Das hatte ich ja auch gesagt. Wir spielen... Wir holen halt alle, die ich noch kenne. Und den Rest dann halt eben nicht. Ähm... Ich denke mal, das wird hier echt bisher der schlimmste Level gewesen sein, oder? Obwohl, drei von fünf, zwei von vier... Es geht sogar noch. Ich glaube, ich weiß sogar, wo das Goldene ist. Kann das sein? Naja. Wir werden's einfach probieren. Wo eins ist, weiß ich auf jeden Fall noch. Glaube ich wenigstens. Das... Das kriegt sie locker hin. Verarsch mich nicht, Kind. Mach mich nicht schwach. Genau. Ich wollte schon sagen, mach mich nicht schwach. Ähm... Und ja, jetzt müssen wir hier irgendwie durchkommen. Äh... Ja, diese Fallen hier sind sehr ungünstig. Da muss ich wohl durch. Vergiss es, Lara. Bin nicht eine, der klingt auch nur berührt. Ich weiß. Das heißt, ich muss sie irgendwie anhalten. So ist es. Das ist... So, ja. Wir haben diese Klingen gestoppt. Aua. Ist ja eine Frechheit. Lol. Okay. Äh... Ja. True. Definitiv. Warum sollte man so einen Irrsinn auch noch bauen? Verstehe ich auch nicht. Früher bin ich da halt echt einfach ohne diesen Stein durchgelaufen. Aber das traue ich mich mittlerweile halt gar nicht mehr. Mich hat das halt früher alles null gejuckt. Weil ich halt einfach... Ja. Also ich würde halt schon sagen, dass ich damals relativ gut in diesem Spiel war. Ja. Ich war tatsächlich mal in einem Spiel gut. Wer hätte das gedacht? Aber es lag halt einfach daran, dass ich die Spiele alle totgesuchtet habe. Also... Früher kannte ich halt alle Secrets. Wirklich jedes einzelne. Und ich wusste auch, wo ich jedes einzelne Secret finde. Das ist jetzt heute nicht mehr ganz so. Ja. Äh... Das wäre mal eine Möglichkeit. Ähm... Ja, es war... Also früher war das ja alles ganz anders. Hm... 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 Hm, 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 hm... Hm... Nein. Hm, hm. Was ist? Hörst du etwas? Ich spüre etwas. Oh, scheiße. Nein. Ach, das war doch wieder klar, dass so ein Mist kommt. Oh, ich habe gerne vermisst. Du bist mal wieder knapp dem Tod entkommen, was? Da bist du ja, Alistair. Hast du was über das Schwertfragment rausgefunden? Gar nicht mal so wenig. Ich habe die Markierungen auf dem Artefakt exakuliert, um das ganze Muster einigermaßen erkennen zu können. Und dann fand ich... Ups, wir haben ein Brot. Alistair? Sind? Seltsam. Äh, ja. Merkwürdig. Ähm, ja, das Silberne wusste ich noch, aber... Ich weiß es nicht. Gab es hier noch was? Mein Gefühl sagt mir schon wieder ja, aber... Die Erinnerungen sind halt wirklich schwammig. Das Ganze ist echt lange her und ich kann mir halt nicht in meinem kompletten Kopf jedes Secret abspeichern, was ich halt jemals irgendwo, ja, in Tomb Raider geholt habe. Also, ich weiß es nicht. Das war ja früher allgemein irgendwie auch so ein bisschen mein Hobby, mir einfach diese ganzen Tomb Raider-Teile komplett beizubringen im Kopf, wo alle Secret sind. Und das war halt... Das beziehe ich gerade auch auf die ganz alten Teile. Die kenne ich ja auch alle quasi auswendig. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, wo jedes einzelne Secret ist, aber... Den Rest weiß ich halt einfach noch. Ich muss jetzt gerade mal kurz gucken. Ich frage mich so ein bisschen, wo diese Kugel herkam. Hm. Merkwürdig. Naja, wir gehen mal wieder zurück. Wo soll die denn hier rausgekommen sein, bitte? Vielleicht bin ich gerade auch einfach nur blind. Durchaus möglich. Ich hatte das Ganze hier auch schon wieder komplett anders in Erinnerung. Oh, wo ein Secret ist, fällt mir gerade auch noch ein. Wie sieht es denn jetzt aus? Wir haben drei von vier Silberne und drei von fünf Bronzene. Okay, ich weiß nicht, ob... Also zwei Secrets kenne ich auf jeden Fall noch. Genau, das wird die... Ich gehe gerade schon in meinem Kopf durch, wo die sind. Vielleicht werden wir das andere dann auch noch finden, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich irgendwo eins bisher schon verpasst habe. So. So. Äh, ja, mir auch nicht. Deshalb fahren wir jetzt erstmal eine Runde Fahrstuhl. Hm. Von hier kamen wir ja. Das ist ja Quatsch, wieder in diese Richtung zu gehen. Da stand der Typ drauf, aber ich glaube, das ist relativ unnötig, dass wir da hingehen. Ich glaube, auch wenn wir hier runterspringen, ist die einfach instant tot, weil der Bereich da nicht ausgebaut ist. Hm. Das sind halt alles Dinge, die ich schon mal probiert habe. Deshalb weiß ich das meiste halt auch. Das hier... Das hier... Das sieht halt auch schon wieder sehr... Satelliten und Computer perfektionieren, nur die Kunst, Selbstgespräche zu führen. So ist es, Lara. Merkwürdig. Naja. Ähm, da kommen wir auch nicht rein. Sprich, wir müssen uns jetzt echt den anderen Weg suchen. Ähm. Ja. Ich muss das echt immer alles so in meinem Kopf durchgehen, wie nochmal was war, weil es ist einfach... Okay, da sehe ich auch schon wieder ein Problem. Lara, könntest du bitte... So. Hm. Ich weiß es nicht. Was ist denn jetzt... Also das da ist, glaube ich, keins. Oder? Aber als ob sie von hier aus da raufkommt. Doch tut sie. Gute Frage. Würde mich auch mal interessieren. Ähm. Ich gebe meinen Gedanken weiter nach, wenn ich hier fertig bin, Lara. Das sollte nicht hier sein. Oh. Liebste Amelie. In Liebe. Richard. Das gehörte Mutter. Zip. Zip. Könnst du mich hören? Wo steckst du denn? Tja. Merkwürdige... Merkwürdige Story. Ähm. Wir schalten erst mal wieder das Licht an. Hm. Ich weiß es ja nicht. Licht wieder aus. Ich dachte, da war was. Mist. Viel Spaß. Ich benutze mal kurz ein Midi-Pack. Wahrscheinlich hatte der andere Typ jetzt eins dabei. So. Der hat natürlich keins. War ja klar. Der war schon ziemlich enttäuschend. Ich weiß nicht. Sollen wir jetzt einfach mal die Waffe wechseln? Hm. Machen wir einfach mal. Also hier war auf jeden Fall noch ein Secret, an das ich mich erinnere. Ich weiß nicht, ob es das Silberne oder das Goldene war. Und zwar dort drinnen, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben nur noch zwei Granaten. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, das Ganze jetzt schon auszuprobieren. Ja, war es. Und zwar ist dort ein Silbernes. Ähm. Ich weiß nicht. Ich glaube, das konnte man auch anders machen. Da oben waren, glaube ich, irgendwann so Fässer. Mit, ähm. Mit Benzin oder so drin. Und die konnte man dann irgendwie hier drauf schleudern. Das war auch eine Möglichkeit. Aber ich, äh, mach's jetzt lieber so. Damit ich den ganzen Kram nicht hinterher nochmal machen muss. Oder, ja. Ich muss es so oder so nochmal machen. GG. Ein sehr schönes Bild, Lara. Wie immer. Äh, wir probieren das trotzdem nochmal genau so aus. Hm. Ja, das reicht aus. Perfekt. Gut. Also ein bronzenes Secret wird uns dann, so wie ich das sehe, noch... Nein, sogar zwei. Lol. Okay. Aber es war ja klar, dass ich welche übersehen habe. Von daher ist das ja auch in Ordnung. So. Ähm. Jetzt muss ich gerade erstmal überlegen. Wie... Wie ist das so? Ja. Tatsache. Ist ja kompliziert. Mensch, Mensch, Mensch. So. Mehr gibt's hier dann auch nicht drinnen. Dort sollte man halt auch nicht runterfallen. Das sieht nicht sehr gesund aus. So. Kommen wir jetzt auch von hier aus wieder zurück. Ja. Perfekt. Hm. Ich muss halt trotzdem immer so ein bisschen in meinem Kopf das Ganze durchgehen. Genau. Hier sind übrigens die Fässer, ne? So. Und mit denen hätte man halt hier diesen machen können. Moment. Ich zeige euch das mal. Ja. Das passt schon. Genau. Das hätte man damit machen können. Und hiermit können wir das machen. Ups. Er hat auf, auf mich zu schießen. So. Der Typ hat schon mal einen Granatwerfer dabei. Das finde ich nicht sehr freundlich. So. Jetzt kümmern wir uns noch um ihn. Und dort hinten ist halt auch noch einer. Der kommt gerade aber nicht raus. Wo ist der denn? Hm. Okay. Wenn du es so willst. Ich kann auch anders. So. Du wolltest es nicht anders. Dann kriegst du es so. Okay. So. Die Munition nehme ich natürlich gerne mit. Und jetzt müssen wir da erstmal irgendwie rüberkommen. Das da unten sieht halt auch schon wieder so aus. Als würde es da irgendwas geben. Ich weiß noch, dass ich hier früher echt oft dran gestorben bin. Weil ich irgendwie immer zu inkompetent war, die Seile richtig zu treffen. Es könnte durchaus sein, dass das wieder passiert. Möchte ich mir schon mal kurz anmerken. Okay. Bisher geht es noch. Und ich weiß auch noch, dass immer wenn ich hier war, bin ich mit einem schon mal darüber. Also das sei, was jetzt noch kommt, das habe ich damals immer ignoriert. Das ist auch ein bisschen unnötig, aber trotzdem. Also weiß ich nicht. Ah, okay. Das war das, wo wir eben waren. Wir sind also quasi einfach nur hier hochgeklettert. Macht Sinn. Gut, die Munition nehme ich auch noch mit. Okay. Achso, das Gewehr ist voll. Okay. Äh, Moment. Äh, das... Äh, nein. Ich drücke immer die falsche Taste. Das kannst du ausmachen. Ich wusste es. 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 Mistiges Miststück. So. Ähm, dort müssen wir rein. Definitiv. Gibt's... Gibt's... Nee, schade. Der Tomb Raider 2 Check geht leider nicht mehr. Oder allgemein der Check aus den alten Teilen. Wenn man halt irgendwo gegenläuft und wenn sie halt eben weiterläuft, dann heißt es, dass man da was machen kann. Aber mir fällt schon wieder ein, wie das funktioniert hat, glaube ich. Also ich glaube, dass es mir einfällt. Man kann sich da bei mir nie so sicher sein. Oh, shit. Von dieser Kugel hatte ich tatsächlich keine Ahnung mehr, dass da noch eine zweite kommt. Aber ich glaube... Shit. Ich glaube, dort gab es noch mehr. Es kann aber auch sein, dass ich mich auch, was den Punkt angeht, wieder irre. Ich muss gerade echt überlegen. Kommt die Kugel noch? Hm. Ich weiß nicht. Habe ich jetzt schon irgendwas... ...verpasst? Äh, wir öffnen hier jetzt einmal diese Tür und gehen dann nach unten. Falls nicht, beende ich nämlich an dieser Stelle schon mal die Folge. Ich hoffe, dass es so funktioniert. Ja, es ist offen. Yes. Das goldene Secret haben wir an dieser Stelle also auch. Perfekt. Die Tür ist auch plötzlich komplett offen. Wer kennt es nicht? Gut. Wir setzen an der Stelle einen Cut. Das heißt, wir haben tatsächlich einfach nur die bronzenen verschissen. Die silbernen haben wir alle. Und das goldene haben wir einfach. Also... Wir sind nicht schlecht mit dabei. Das kann man nicht sagen. Also es geht... Das geht in Ordnung. Gut. Dann würde ich sagen, wir setzen halt echt an der Stelle einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier kommt Lara natürlich nicht hoch. Und dann werden wir mal gucken, was uns dort hinter diesem... Ja, hinter dieser Tür erwartet. Bis dahin.